Das ist ein anderer Account von ihm, oder was? Ja, Patrick Swayze. Ja. Weißt du, ich verrate dir jetzt mal was, Aleph. Es gibt mehrere Leute auf der Welt, die Patrick oder Patrick heißen. Ja, zum Beispiel. Manche davon sind es kürzlich. Der Freund von Spongebob heißt so. Was? Auch der Freund von Spongebob heißt so. Stimmt, der bei Spongebob ist der wichtigste von allen. Ja, Aleph, ich meinte aber Patrick Swayze, weil einer unserer beiden Hunter Swayze heißt. Ach, guck mal, Patrick ist da. Roadhouse. 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 Ich fand den auch geil. Ist zwar mega trash, aber ist irgendwie auch geil. Achso, ich fahre ihm, ich trete immer mein Lenkrad. Ja. Dann sagt er bei Roadhouse. 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 Ist halt komisch. Du guckst kein Family Guy, oder? Doch, eigentlich schon, aber eigentlich nicht zufällig. Das ist die Folge, wo Pete da irgendwie mit Treten, mit Treten oder so immer alles lösen will. Roadhouse und so, ne? Aber ja, ich guck mal. Ah, der eine ist schon down. Das wäre ja clever, wenn man hier... Gern geschehen. Ja, bitte. Süscheschrecken mal kaputt macht. Da ist ein Shadow, der am Auslasser ist. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du... Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Nein, aber das Mikrofon auf den Tisch schmeißen, falls ihr das nicht entgangen ist. Das ist mir nicht entgangen. Na komm, Shami stirbt. Shami tot. Wollte er denn hinreißen? Shami tot, Klappe zu. Boah, das hat weh. Echt so doll? Ja, klar. Ja, schön. Ich hab ja auch noch etwas andere Lautstärke. Dann mach leiser. Ich babbel. Ja, ich muss auch ein bisschen was hören, ne? Hä? Ich hör ihn. Worry, bist du ernsthaft so dumm? Ja, du bist so dumm. Hier sind 200 andere Ziele. Tobi? Tobi? Ja? Warum musst du dein Headset so hinschmeißen? Weil das eilig hatte. Ach, ich dachte, ich hab auf mute gedrückt. Oh ey, du hast das einfach hingeschmissen. Wir haben alles gehört. Ja, jetzt ist deine Aufhörung kaputt. Nein, das nicht, aber wir haben halt jetzt alles gehört. Ja, das stimmt. Und musstest du das wirklich machen? Alles. Ja, echt. Alles Tobi. Alles. Nein. Dein Leben ist zerstört, gell? Das weißt du. Der Stream ist an übrigens. Nein, morgen ab 16 Uhr ist dein Leben vorbei. Ach man. Scheiße. Da hab ich ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber nur ein bisschen. Knall alle ab, Droni. Knall alle ab. So viel Scheiße. Ja, kein Problem. Passt. Solange du mich verschonst. Ungelogen, du musst mit solchen Aussagen vorsichtig sein. Stimmt. Die reagieren heute etwas zum Kriegsmorgen auf. Kriegsmorgen bist du. Und dann wirst du jahrelang nicht mehr gesehen. Ach, die reagieren etwas dumm. So lange rauch ich nicht. Okay, Wasser weg ist ein Ink. Ich geh mal rüber. Das ist nämlich nur ein Warior von uns. Zwei Ink. Oh, oh. Oh, wir kriegen noch mehr Ink. Da kommt noch eins, zwei, drei, vier Ink. Oh, 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 oh. Okay, das Bude wieder voll. Ab denn. Ja, guck mal, einer ist schon down. Ja, viele Krieger. Drei haben es, um genau zu sein. Auf einem Haufen. Ja, scheiße halt, ne? Jetzt sind es nur noch zwei. Über sich von dem Haufen Fan-Hit geht's. Es stinkt ja, ne? Jetzt habe ich einen Proc und alles ist fertig. Stimmt, Johnny will sich ja nicht gerne von Haufen fern halten. Das ist doch gar nicht wahr. Was willst du? Was soll das eigentlich? Du hast doch mit dem Kreml mal angefangen. Nein. Nein, überhaupt nicht. Soll ich die Aufnahmen raussuchen? Ich glaube nicht, dass das, wer sagt, dass das dann, was auch immer du als Aufnahme raussuchst, das erste Mal war, dass es um Fäkalien und Johnny ging. Das hat mit mir nichts zu tun. Also musst du das Gegenteil erstmal beweisen. Ich hätte einen Beleg. Ich muss überhaupt nichts beweisen. Oh, das war mir klar. Die Wahrheit ist hinter mir. Das schade ist nur, dass eine Wand... Scheiße, dass da eine Wand ist, gell? Hinter mir? Komm hier, ein paar von denen wir verprügelt werden. In dir. In mir? Da gehört die Wahrheit hin. In mich? Hinter dich. Hinter mich, okay. Wow, da will mich jemand. Alle wollen so aus? Alle wollen alle. Wo, wo seid ihr? Ihr seid weit weg und sterbt. Auf dem Weg hoch zum Hügel. Run to the hills. Run to the hills. Ich glaube, er ist tot. Man soll nicht der Spillen. Ich bin am True Weedlen. Schau, wie es dann. Ex. Ex-Hex. Ex. Nix-Cola. Karamalz. Kennst du die Werbung noch? Ex-Truiden. Nee, kenn ich nicht mehr. Echt dich? Echt cool, Robby Bubble. Alle denken... Ich hab allen, denen ich das geschickt hab mit dem... Ich kenn nur noch den Code im Deckel. Mit dem Anzug da. Alle denken sie sofort, die Pornoindustrie wird's freuen. Weil es nicht piekt in den Haaren. Weil es so gut riecht nach Aprikose. So. Ui, wir wollen aber einen Schleiden haben. Was scheiße, dass man einen Druiden hat. Oh, jetzt hab das... Lane erschlagen. Na ja, den hab ich grad aufm Shadow geschossen, bevor ich den Druiden gesehen hab. Okay. Blöde Sache, das. Mit nur zwei Leuten zweimal abhütest, ist eh nicht die Welt. Hab ihn. Nicht mehr. Guck jetzt. Er ist abgehauen. Dafür kann der Taler dienen. Aber doch. Ich weiß immer zu. Bist du tot, Tobi? Nein, du bist nicht tot. Ha? Ah, lass die da hinten... Aleph, lass die spielen, lass die spielen, lass die spielen. Wir haben keinen Heiler hier. Äh, wir werden das hier nicht schaffen. Nope. Wir ziehen oder gehen wir ehrenvoll. Es geht nichts. Es geht nichts über positives Denken. Lass mal ein bisschen ziehen. Ach, natürlich wer will der jetzt. Ohne zehn, ich bin des Todes. Mach das so, ich schaffe. Es ist lustig, dass der Hexer länger überlegt als der Heiler. Klapp, knapp. Klapp, knapp. Über diese Tank-Hexer. Warte mal gucken. Tobi hat jetzt wahrscheinlich 60 Millionen geheilt. Was denn Tobi? Naja, das hängt ja vielleicht auch ein bisschen davon ab, wenn sie mehr gehauen haben, oder? Meinst du? Eventuell schon. Ich hab keinen Ellie aufs Huddle gesehen. Also in der Regel... Klapp. Die ist einfach so rumgegeben. Ich sterbe immer so. Just saying, just saying. Einfach nur, weil ich finde es ist fair. Eins, zwei, drei, vier, fünf Wasser. Bringe ich mich einfach selber um. The cake is a lie. Aber das wäre doch mal was so. Eine Sache irgendwie so passiv. Kann Herzinfarkt erleiden, wenn zu viele Gegner da sind, oder so. Für wen? Guck, ne. Ich hab nie Ellie's, nie. Auch vor allem Millie's nicht. Nee, niemals. Du hast ja nur noch einen an der Backe. Der andere ist ja schon tot. Uiss. Ich hab einen gekillt. Es waren immer noch zwei. Achso. Es sind immer noch zwei, aber gleich so. Jetzt ist es nur noch einer. Jetzt ist ja egal, es ist nur noch einer. Oh, da ist ja der Heiler. Ich hab ja auch überlebt. So, jetzt ist nur noch einer da. So. So. Irgendwann hat er jetzt seit drei, vier, fünf Samen. Ja, Azudel, es waren. Ich hab dir doch gleich einen gekillt. Was willst du denn noch? Ja, es ist ... Freu dich noch einfach. Dass du gleich zwei killst. Kann ich nicht. Sei doch mal froh, dass einer gleich stirbt. Sag mal, ey. Man reicht dir den kleinen Finger und du willst die ganze Hand. Ja, aber nur aus Prinzip. Weil du dich beschwerst, dass ich mich beschwere, beschwere ich mich erst recht. Macht Sinn, oder? Nein. Ich hab mich insgesamt relativ wenig, oder? Viel, meinst du? Ja, du hast recht. Wenig! Oh. Beschwär mich jetzt darüber, dass ihr meint, ich beschwär mich nicht. Was hast du da für ein süßes Tierchen? Denen. Was? Denen. Ein rosa Raptor? Ja. Violett, Entschuldigung. Violett. Oh, 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 oh. Violett. Sag ich ja. Glöckli. Ja, bitte? Mein Chat. Chat? Achso, sind Denen im Zirk einfach ... Wer sind die Denen? Die Ardennen, meint er. Er meint das Gebirge. Achso, achso, achso. Die Denen. Wir gehören halt nicht zu Denen, 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 alles durchgehen lassen, oder? Das Denen ist gemeint. Ich weiß. Wir sind Denen überlegen. Wir sind Denen im Zirk einfach überlegen. Wir haben das schon verstanden. Aha. Ich würd' eher sagen, wir sind Denen, also das Denen. Den Denen. Also das Denen mit H oder die Denen mit H? Denen. Hör auf, ich hab hier dran! Mami! Mami! Was willst du denn? Lauf doch einfach. Lauf doch einfach. Lauf doch einfach. Lauf doch einfach. Ey, hey, lauf doch einfach. Black Negger, Black Negger, Black Negger. Er läuft. Und läuft. Und läuft. Und läuft. Ja, der F noch mal Damage. Ich muss Damage aufbauen. Ich bin kein Taler. Ich bin hier, ich heil verloren. Bleib in der Nähe vom Berg und ich heil. Wir haben gleich gewonnen. Wir haben gleich gewonnen. Wir haben gewonnen. Achso. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.